...ein Tier geben, dem es gut geht. Und welchen Tier geht es gut? Der Kuh geht's gut! Sollte ihn erfressen, das gute Knast, und wedeln mit dem Schwanze. Ich weiß, die Kühe machen das, darum ich heute tanze. Ich hab so manche schon geimpft und auch operiert. Die Bauern haben noch geschümmt und haben sich ingeniert. Ich tanze heute und schwing die Tasche mit den Medikamenten. Die Heilerfolge kommen rasch, das Blatt tut sich schnell wenden. Und ist die Kuh dann ganz gesund, dann freut sich auch der Bauer. Dann geht es in der Küche und die Bäuerin guckt sauer. Gesoffen wird der gute Schnaps, geheil, hab ich die Kuh. Ich greif der Bauer noch an den Strapps, dann leg ich mich zu. Gesoffen wird der gute Schnaps, geheil, hab ich die Kuh. Ich beife der Macht noch an, ich schlafe, dann lege ich mich zur Ruhe.